Das war zu früh geschafft, aber bisher finde ich den ersten Angriff echt noch am schlimmsten. So weit, so fast, so kurz. Ich meine, wir haben dafür jetzt auch eine Lösung gefunden. Das ist halt keine 100% Lösung, das kann man nicht wirklich behaupten. Jetzt kommt die andere Seite und macht Feuer. Drei, vier, fünf. Okay, das fünfte ist ja schon. Okay, okay, okay. Jetzt nach den vier und fünf kommst du dann nochmal. Ich verstehe, ich verstehe. Aber der hält auch das mal echt näher aus, hatte ich das Gefühl. Zwei, drei, vier, fünf. Jetzt kommt das Blade, das habe ich ja eben noch gesehen. Oh wow. Oh, das kommt wieder. Okay, das zweite läuft durch. Das habe ich gesehen, mein Freund. Ja, das habe ich fucking nochmal gesehen. Ja, okay. It's, it's fine. It's fine. Das ist. So. Jetzt kommen da wieder die, die unterreigen Bomben. Steht gut. All time. So, fliegt und Sieg. Eins. Zwei. Ein. Zwei. Drei. Drei. Fünf. Jetzt kommt das. Das zweite Blade? Das zweite Blade geht durch, ne? Das zweite Blade geht nicht durch! Okay, das ist nachts dann. Die Vorschau nachts an. Verstehe. Das ist nachts, guck mal. Ah, so. Scheiße. Manchmal bin ich echt The Brain AFKs fette Beute, ey. Muss da jetzt jemand möglich sein? Das war komisch, aber auch komisch. Ich nehme es. Oh, die falsche Richtung beschossen. Auch nicht schlecht. Gefühlt hätte ich ihm jetzt mehr Schaden machen sollen als vorher. Weil ich häufiger geschossen hab. Aber wahrscheinlich habe ich auch häufiger nicht getroffen. So, jetzt hier wieder die Natze bläht. Ach, Scheiße. Dann hatte ich nicht genug Mumm in der Knoche. Kommt das dann auch zurück? Klar, komm ich. Es kommt zurück. Das ist interessant. Und nice to know und so. Da war ich gerade ein bisschen zu inkompetent, die das zu dodschen. Keine Gottes. Ja. Warum? Den Fehler mache ich halt so häufig wieder. Weißt du, dann habe ich einmal da relativ weit geschafft. Und dann... Das fängt wieder das an. Aber nach der dritten Säge ist dann auch wieder Feierabend. Aber... Ich habe aber das Gefühl, dass der Boss auch wieder so'n... ähm... Detektor hat, dass man... nicht... nicht so viele Schüsse auf einmal ihn rein drücken kann. Ich habe zumindest das Gefühl, dass das so... So, jetzt kommen wir... Das ist deutlich einfacher zu dodschen als andere Schmarrn. Aber gut. Ah, da sind zwei hintereinander. Okay, interessant. Da muss man wissen. Habe ich jetzt nicht aufgepasst, aber muss man wissen. Wenn man das weiß, dann... Dann ist natürlich alles wieder gut. Ich könnte mir übrigens auch gut vorstellen, dass der wieder loopt. Das heißt... Ähm... Wenn der hinten einmal... äh... wieder auf der anderen Seite steht, dass der dann wieder anfängt, diese... Ich nenne sie mal... ... bunten Bälle zu spucken. So... Zwei... Drei... ... ... ... So... Während der Phase hier kann ich ihn überhaupt... ...unheimlich schlecht verschaden machen. So vielleicht. So vielleicht. Das war ein bisschen knapp. So... Was? Oh mein Gott, ey. Hm, ich mach noch keinen Sprung in Mama. Das war jetzt ein bisschen bitter. Wunderbärchen läuft da. Wunderbärchen. 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 Um das zu funktionieren. Ja. 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 Na die ersten Form habe ich mittlerweile raus. Die erste Form habe ich jetzt mittlerweile raus. Feuerform ist eigentlich auch nicht so schwer. Hier braucht man ein bisschen das Timing, aber das geht eigentlich auch voll klar. So, jetzt schätze ich mal, wird er wieder loopen, oder? Jawohl, ja. So, bitte loopen gleich, wie sonst auch immer. Loopen, wie du loopen möchtest, aber loopen vernünftig. Also, mittlerweile ist das gar keine Neuheit mehr, dass Bosse keine AP mehr haben, wenn ich da dran verwecke. Also, ganz ehrlich, jetzt mal ganz ohne Spaß. Wir behalten das bei einem Boss noch nicht, dass er keine AP mehr hatte und ich dann gestorben bin. Ich war mir gerade über uns noch am überlegen, hm, machst du das jetzt safe, oder? Machst du, oder versuchst du normal zu spielen? Und dann kam mir der grandiose Gedanke, ne, schaffst du schon, darfst du schon. So wie immer, ey, what the fuck. Wieder El Stupido Maximum. Ist das eine gottverdammte Scheiße, ey. Oh, bla bla bla. Fast schon vergessen, habt ihr jetzt den gerade? Und dann, wenn ihr die loslässt, kann man schon anfangen zu springen. Echt nicht, not to bad. Nein, scheiße. Ja, das war das noch nicht mit dem Doppelten. Das war noch gar nicht der Doppelte. Ach, Mann, ey. Was war jetzt gemein? Ja, gut. Aber der Boss ist halt eigentlich auch wieder durch. Mann. Geil, was ich machen muss. Es ist ihm so schwierig zu reproduzieren. Also, das ist okay. Jetzt fahren. Also, der Boss hat wenigstens so getan, als wäre er schwer. Also, es ist so getan. Er war halt... Also, das Pattern herauszubinden war diesmal nicht ganz so einfach wie sonst. Ach, Scheiße. Mann. Also, der Feuerangrifter, wo er nochmal nach rechts marschiert, ist es nochmal ein bisschen. Aber ansonsten... Das ist mein letzter Nemesis. Und eigentlich hatte ich es ja schon geschafft. Aber nein. Dann hat sich das Spiel wieder gedacht. No, sir. No way. Beziehungsweise, ich habe mir selber gedacht. No way. Dann bin ich einfach verreckt. Wenn ich es kann. Ich bin auch immer wieder fasziniert bei diesem Ersten. Ich glaube, wo bin ich denn da? In welchem bin ich denn da? Gerade eben verreckt, wenn man fragen darf. Also, gefühlt... Kann das eigentlich gar keiner gewesen sein. Weil keiner nur in die Nähe von mir kommt. Schmeiß deine geile Läger. Noch einmal. Eine Säge geht noch. Oh, komm her. Okay. Das sind ja. Das ist der Doppelte. Und das ist der Letzte. So, bitte, bitte, bitte. Jetzt nicht wieder Elfail der Rama. Machen. Und fail. Das wäre ganz gut. Oh mein Gott. Das war knapp. So, das heißt, wir machen das jetzt safe. Durch das ich vorher auch schon mal gemacht hatte. Weil ich ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr springe. Weil ich eventuell in Scheiße reinwärmen könnte. Und da habe ich keine Strafe. Ja. Ja. Da war dieser Punkt. Wer weiß. Okay. Dankeschön. Ich dachte schon, der blockt mir mal ein Movement. Aber nimmt die Angriffe nicht wieder weg. Klopp. Und nun? Stagework complete. Ja. Nice. Nice, nice. Und nochmal nice. Ich weiß auch immer noch nicht, wie viele Stages das Spiel hat. Anscheinend hat es also mindestens noch eine. Gut, wir machen jetzt hier aber eine kleine Pinkelpause. Weil ich müsste nämlich mal. Äh, ja. Und dann sehen wir uns gleich weiter wieder an der Stelle her. Gut. Deutsch wahrscheinlich sofort. Gut. Und wusch. Übergang. So, es geht weiter. Habt ihr diesen wunderschönen Cut gesehen? So, was ist der Zillertrick? Oh. Oh. Okay, ich verstehe. Ich verstehe, was du von mir willst. Scheiße. 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 eine neue mechanik auch mann doppelsprung du bist das dümmste stück kotas ich kenne